Stimmt. Okay, dann gehen wir jetzt rein. Das heißt, wir mussten zur Bank gehen. Ja, genau. Ich muss auch noch mal kurz zur Bank. Um dort zusammenzustellen, die ganzen... Was ist das denn? Modifizierung... Upgrade. Und ich brauche jetzt noch die Sucherbots, damit ich die wieder irgendwo hinstellen kann. Diese Waffe kann nicht modifiziert werden. Ey, warum das denn? Ich kann es nicht verstehen. Ich check's nicht. Ich check it nicht! Nice. Säurebart? Säurebart? Ich mache Upgrades rein. Ey, Zocki, wie geil! Alter, sieh dir, das war dann elektrische Aufladung. Einmal und ich hab einmal hier... Einmal Säurebart! Überzieht Projektile mit einer Säureschicht, die nach und nach Schaden zufügt. Nice one. Ey, das ist doch... Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Dann würde ich mir sagen, wir machen mal, ähm... Hier den Säurebart. Mal gucken, wie das so ist. Also, keine Ahnung. Ich mach jetzt... Ich mach's jetzt einfach mal so. Aus Pfannen. Ja. Ich hab eigentlich alles bei den Waffen hergestellt. Ich brauch eigentlich nicht mehr. Ich komm damit ganz gut klar. Ähm... Tempo, aber der Schaden macht dann weniger. Kompressor. Okay. Ich hab's. Ich hab keine Ahnung, ey. Oh, ho, ich hab keine Ahnung. Ach komm, machen wir mal den hier. Ja, mach... Machen wir mal den hier, der ist gut. Okay. Ähm, äh, ich hab den jetzt wieder verändert. Ich hab den, äh... Ich hab den Drei-Schuss-Modi gewechselt. Mit dem, ähm... Weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Ja, das ist ja gut, damit du wieder Automatik-Waffe hast, ne? Ich guck, siehst du den? Drei-Schuss ist scheiße, finde ich. Alter, das sieht dir jetzt voll anders aus. Siehst du den? Alter, voll das Fette. Das ist ja fast ein MG, Alter. Also fast eine Gatlin, Junge. Der hat eine... Der hat eine... Drei... Drei, ähm... Wie heißt das nochmal? Boah, die geht ab, Alter. Guck mal. Jo. Aber ich glaub, die ist jetzt stärker, oder? Das ist eine Alien-Waffe. Ja, gut. Gehen wir weiter. Okay, der Suchab... Weiß ich nicht. Was? Weiß ich nicht. Komm mit. Nein, nein, Dings. Äh... Du sagtest ja, dass die... Also... Also, dass die Waffe stärker sei. Da sagt ich dann, weiß ich nicht. Lol. Der Suchabort wollte gerade noch in den Aufzug. Echt? Der wollte mit. Wir haben ihn allein gelassen. Oh mein Gott. Oh Mann, bist du ein schlechter Vater. So. Auf geht den Aufzug. Oh, da sieht man schon so geil aus, ey. Guck mal, siehst du den Säureschaden? Hier, guck mal diesen Säureschaden, siehst du den? Ja, ja. Geil, ne? Er hat mich. Hilf mir. Help me please. Bitteschön. Thank you. Ey. Du blöder Assi. Oh, er hat mich, er hat mich ganz schnell eh drücken. Komm, 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 komm. Ne, 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 dicker. So läuft das hier nicht. Dass das klar ist, dicker. Yeah. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ne, ne, ja, schafft schon. Oh, schon wieder, Alter. Die wollen sich in mich reinfressen. Boah, Alter. Oh, scheiße, das hat er nicht. Willst du mich verarschen? Ich hab doch eh gedrückt. Guck mal, Alter. Ich habe eh gedrückt. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt läufst du mir tot im Kopf rum. Lol. Hä? Aber, jetzt pass mal auf, ich habe eh gedrückt. Warum ging das nicht? Das ist nicht... Hä? Wie bereits gesagt, vielleicht hattest du auch wenig Leben gehabt. So, dass er sich richtig schnell killen konnte. Guck dir das mal an. Och, nee, jetzt müssen wir nochmal hochfahren. Ich würde dir dringend raten, mal dein Leben aufzufrischen. Es könnte natürlich sein, dass du mich schnell drauf gehst. Nein. Siehste? Ja, komm, der eine Balken. So genau braun, was ich nehme. Ich sehe das, mein Freund. Ich sehe das. Ich wollte jetzt immer Gesundheit refreshen. Ganz wichtig. Geh doch mal, Stern, Merz. Wow, schön langsam. Schön langsam. Ey, Zoki, nimm lieber Deckung. Mach ich dir auf. Nur, ich kümmere mich jetzt um diese Viecher. Alter. Zoki. Zoki geht voll auf, äh, Dings. Offensiv. Genau. Muss so, muss. Muss, das ist meine Pflicht. Gibt es hier hinten noch was? Yeah, das sind auch noch Kisten. Nice. Komplente. Ey, komm mit. Hier sind noch Kisten. Die sind wieder da. Kursi, hier. Yo. Munition, yay. Geile Scheiße. Okay. Mein Stase musste ich mal gerade aufladen, ey. Hey, Leute, bin wieder da. Gott sei Dank. Gehen wir in dieses Ding rein, bevor ich die Nerven verliere. So, was muss gemacht werden? Auf dem oberen Steg ist auf jeder Seite eine Harpunenkanone. So haben sie vielleicht den Bauch geöffnet. Sehr schön. Ich gehe hoch. Ah, jetzt kommt das mit der Harpune mit ins Spiel. Mit diesem, mit diesem MG, was wir vorhin hatten, ne? Den hier. Den hier. Oha. Ach du Scheiße, Alter, der geht ab. Ja, aber da war doch vorhin noch so ein MG, so ein MG, was wir machen mussten. Hast du das schon, oder was? Weiß ich nicht. Nein, nee, 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 nee. Dieses eine, wo wir nicht machen konnten. Das war inaktiv. Ich weiß, was du meinst. Der ist da vorne. Ja. Das könnte doch jetzt funktionieren, oder? Aber wir müssen nicht da lang. Wir müssen nach oben. Ja, gut. Kapitel 12. Autopsie? Sektionshangar. Okay. Einen Aufzug müssen wir nicht. Okay, jetzt müssen wir uns, glaube ich, da rumkümmern, um dieses Teil, oder? Hm. Nee, es zeigt wieder an, dass wir da nicht hin müssen. Zum Aufzug irgendwie, aber... Hä? Ah. Jetzt geht's. Ah, okay. Dann geh mal ran hier an den Speck. Okay, halten. Warte mal, das mach ich schon. Zocki. Okay. Okay, der ist, der ist schon mal fertig. Jetzt, jetzt müssen wir zur anderen Seite. Ja. Und das auch noch machen. Da boxt er wieder. Das passiert mir aber auch immer, wenn ich diesen Sucher-Bot hinstellen will. Ja. Nur halt, äh... Wir müssen auch dabei zielen, weil sonst... Also macht er das nicht. Ja. So. Ey. Ich habe es genommen, Dicker. Keine Zaubereien, Junge. Gut, jetzt. Schön langsam drehen. Schön langsam drehen. So macht man das, Kinder. Seht ihr das? Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Noten, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es. Ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie es sagen, gehen Sie in den Käfig. Ich komme mit. Ey. Ah, hier. Ach so, okay. Die Körperhöhle betreten. Cooler Aufzug. Noch auf altmodische Art. Ich bin gerade, ich habe gerade die Inventartaste gedrückt und es erscheint kein Inventar, dennoch backt mein Körper rum. Ich kann mich gar nicht bewegen, gerade. Ich auch nicht. Da passiert ja auch noch was. Der macht hier was, der Kollege. Aber ich kann mich hier gerade nicht bewegen. Also, Schöner, wie genau funktioniert das? Scheiße. Er sollte Ping machen, wenn Sie nahe dran sind. Das sieht so aus wie ein böser Bug, glaube ich. Mein Arm ist bei dir drin, siehst du das? Die Telemetrie sollte aufleuchten und wir... Ey, meine Hand ist mein... Ey, ey, pass mir das nicht an, Alter. Du schwuler Sack, Alter. So. Synapsen suchen. Alter. Wir sind gerade hier im Inneren eines Monsters. Oh Gott, ekelhaft. Ziele mit der Sound... Was? Sondenwaffe, okay. Sound. Sound. Sauna. Oh Gott. Hier müssen wir was machen. Oh Gott, siehst du das? Können wir das kaputt machen? Nö. Ey. Klopfe einfach mal rum. Hörst du was? Hä? Herzklopfen? Jo. Aber ich kann hier eh nicht weiter. Wir sind im Inneren, ne? Ja. Ah, du kannst da reinlaufen? Ja. Nee, nee, äh, äh, ich komme von der anderen Seite. Ach so, du bist unten. Du wirst ihn doch kaputt machen, glaube ich, ne? Aber anscheinend doch nicht. Das geht nicht. Das ist das Herz, sozusagen. Okay, ich ziele mit der Sonde und verge den Ping. Klingt gar nicht so schwer. Ach, ich weiß, ah, also, mit dieser Knarre muss ich sie abfeuern. Ja. Nichts. Ich muss einen stärkeren Signal-Pink finden. Boah, dein roten, dein, dein rotes Licht, ne? Alter. Lässt den ganzen Raum auffällen, ey. Ich sag ja, das ist richtig Babo, ne? Hehehe. Meiner nicht, ey. Ey. Ich bin, ich bin Babo, Dicker. Hehehe. Wo muss ich denn auf, äh, zielen? Weiß ich gerade gar nicht. Und, wir haben hier nicht mal nen, 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 nen Orter, weil wir hier gerade drin sind. Ja. Kein Zielpunkt. Hier, glaube ich. Ne, da nicht. Da rein können wir auch nicht. Hm. Die wollen mich doch verarschen, glaube ich. Ja. Immer noch nichts. Es muss hier irgendwo einen aktiven Knoten. Probier mal bei dem hier, Dicker. Ein aktiven Knoten, meint der. Komm mal her. Ach, hier. Halt kurz. Ich muss hier oben irgendwas noch machen. Ich muss hier irgendwie funktionieren, der will. Ey, Corsi. Probier mal das hier. Falscher Knoten. Es muss hier irgendwo einen stärkeren Ping geben. Probier mal den hier oben. Warte, da. Ja, eventuell. Ach, warte. Wir, wir müssen ein, wir müssen eine Stelle finden, da wo der Isaac einen, einen besseren Ping hat. Ja, hier oben eventuell bei dir. Bei dem Teil. Halt, so viele gibt's ja von denen gar nicht. Von den Herzen, sag ich mal. Und? Also, komm schon mal in den Sack jetzt was. Irgendwas. Ah, der sagt nichts, Alter. Komm jetzt. Das ist ja voll deinem Lappen, ey. Voll deinem Lauf. Sag doch was jetzt, ey. Ah, der sagt ja nicht. Ey, hier ist auch noch ein. Komm mal zu mir, Dicker. Corsi. Ja, sie sagt, öffne dich doch, ey. Ich hab das gefunden, hier. Das sieht doch gut aus, ey. Der, der ist es. Hatte ich doch recht gehabt, Alter. Guter Mann. Guter Mann. Sind sie da sicher? Killing. Killing. Monster. Monster. Oh, Monster. Monster. Monsterlied, glaube ich. Boah, die roten hier. Mit den roten Augen. Die sind ganz schön schnell. Die sind ganz schön fix unterwegs. Oh, er hat mich. Er hat mich. Bitte nicht. Oh, drei gegen einen, Alter. Nee. Zwei gegen einen. Komm, jetzt mach ihn fertig. So. Diese hässlichen roten. Ihr könnt euch echt mal verpissen hier. Oh, Headshot. Nice. Sucherabort wartet an der Bank. Perfekt. Der hat schon mal... Nebenbei auch noch diese Meldung. Ja, der hat schon mal was Schönes für mich gesucht hier. Und gefunden auch. Boah. Willkommen da. Boah. Ich mach viel Damage bei dem, Alter. Hinter dir. Sorki, hinter dir. Ich nehm jetzt die Automatikwaffe. Isaac, alles in Ordnung? Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay. Ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Okay. Der hier vielleicht? Nein, der nicht. Der auch nicht. Dann suchen wir mal bei einem anderen hier. Der auch nicht. So groß ist die Auswahl ja nicht, ne? Der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Alter. Na toll, was mach ich jetzt? Soki, was machst du denn? Der hier. Wo wir vorhin auch waren. Der könnte eventuell sein, oder? Fahr da mal drauf. Ja, musst du machen mit deiner Waffe. Oder? Ja.